Willkommen meine lieben Freunde zu Eden Resonanz Entladung Eden Teil 5. Wieder mit dabei sind die... Wow. Synchronisiert. Wieder dabei sind... Ah ja, meine persönliche Heiler Mieze Kiki, Großhand und Thales als mein Kotank. Und ja, wir spielen gegen Ramu, der irgendwie wesentlich weniger Bart hat als sonst. Ja, und Pferdebeinchen. Alles gut. Dieser Kampf ist ziemlich einfach. Und darum erzählen wir was dazu. So, man muss hier ein paar Kugeln sammeln, damit man den Kram überlebt. What the fuck? Kondon wurde abgebrochen. Thomas hat den Kondon... Was? Und dann auf 5 Sekunden runterdrücken. Naja, wie auch immer. Das Ganze, wie gesagt, geht relativ einfach. Es beginnt mit einem Tankbuster an der Stelle. Und... Jetzt kommen gleich die lustigen Dinge. Es kommen Speere, Stromgenerierung. Er lässt jetzt zwei Speere erscheinen. Da, wo der kleinere Speer ist, da müssen wir dann hin. So. So. Ein... Nebenbei noch ein bisschen weiter casten. Ja, ja. Erst... Ach, kack. Kack, kack. Erst hier so einen Stress machen und dann sowas. So. Ruhig eine Kugel greifen. Mehr als eine braucht man nicht. Und es kommt wieder noch mehr Schaden. Oh, ja. Wolken. Die... Die zwei Random Spieler müssen Wolken ablegen. Die sollte man natürlich nicht zusammenziehen. Ja, sonst tut's weh. Krüppelnder Verschlag auf Thales. Ähm... Und wieder ein Tankbuster. Darum... Einfach mal... Kurz... Äh... Ja. Hier ist es... Hier nochmal schnell eine Intervention zugeworfen. Ich finde das herrlich, dass der Heiler nebenbei... Ähm... Den... Den Pull... Quasi vereitelt hat. Nur um dann... Selber... Als erst... Bei der ersten Mechanik drauf zu gehen. Sehr, sehr begeistern. So. Hier sollte man jetzt nicht in der Mitte stehen. Da kommt gleich ein Knockback. Der einen ziemlich weit zurückwirft, wenn mich nicht Alice täuscht. Ah ne. Hier geht das eigentlich sogar. So. Jetzt kommen noch die Pferdchen von der Seite. Vorne ist safe. Dann muss man aufpassen. So. Das dauert aber auch ziemlich lange, bis die kommen. Und es kommen noch mehr Speere. Jetzt muss man halt eben wieder gucken, wo ist der Kleine. Der Kleine ist hinten in der Ecke. Da laufen wir auch mal eben schnell hin. Was? Ihr habt doch ganz genau gesehen, dass ich ebenfalls draußen war. Alles gut. Klebe wieder. Tankstans an. Heiliger Boden. Ab geht die Schote. Okay, Schatz. Kriegst du das hin? Ich denke schon. Einfach mal den AOEs hier ausweichen. Ramon ein bisschen in die Mitte ziehen. Die AOEs sind wesentlich größer als ein... Ah ne, Quatsch, Plützen. Das war eine andere AOE. Das war diese AOE, die um einen drumherum läuft. So. Ähm. Okay, Elektrifizierung. Es kommen wieder neue Wolken. Und wieder ein Knockback von der Seite. So, wäre ganz gut an dieser Stelle, wenn wir uns gleich nochmal einen neuen, wenn wir nochmal einen neuen Heiler dazu bekommen oder so, oder einen DD oder sowas. So, es kommen wieder AOEs, denen wir ausweichen müssen. Und nebenbei noch Pferde von der Seite. So, easy mode. Ah ja, gibt alles, um die Leute wieder am Leben zu halten. Tankbuster kommt. So, und es kommen wieder neue Speere. Diesmal werden sie mich nicht töten. Bin mir ganz, ganz sicher. Ach, es sind nur zwei, ja. Das macht die Sache natürlich wesentlich einfacher. Und hier werden nochmal zwei Wolken abgelegt. Wunderbar. Ja, das geht doch. Ich kann mal schnell eine Kugel greifen. Genau. Wichtig ist, dass jetzt die Wolken natürlich oben und unten, beziehungsweise halt eben nicht zusammengelegt werden, weil sonst werden die einen Riesensturm. Und wenn das ein Riesensturm wird, dann tut das ganz tolle mächtig weh. So, ich gebe nochmal ein extra Schild, wenn ich eine Heilung bekomme. Super. Und da kommen wieder ein paar Pferdchen von der Seite. Mit Machtbäcker an dieser Stelle. So, ausgezeichnet. Schade, jetzt hat es Aja gelegt. Tankbuster auf mich. Aber das macht nichts. Ich heile mich auch zur Not einfach selber, wenn der andere Heiler der Meinung ist, mich heilen zu müssen. Also, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, welche Mechanik kam. Ach, nur AOE. Okay, ist okay. Ah, toll. Okay, und bewegen und Pferdchen. Vorne ist bei The Way safe. Das heißt, ich werde einfach hier vorne weiter rum tänzeln. Und da fliegt wieder die Aja weg. Und Tankbuster auf mich. Ja, aber Benediktion kannst du geben. Also, von dir. Okay, super geil. Also, dieser Heiler bekommt definitiv kein WS. Das ist wieder dieser typische Fall von... Fuck, Random. Alles gut. Dann auch geschafft. Von Random, der sich jetzt Heiler anmeldet und es nicht gebacken bekommt, dass wir hier als... Und der Meinung ist, hier als DD rumzulaufen. Aber nur tot am Boden rumdümpelt mit 500, 600 DPS. Ganz tolle Wurst. Hä, wo kommt denn jetzt der zweite Dödel-Buff her? Okay, wieder ein Knockback mit neuen Pferdchen. Hier bei mir ist safe. Ich helfe gleich den Heilern wieder beim Mitheilen. Gut, es geht. Gut, alles gut. Ich hab's. Ich konnte mir gerade den Clemens geben. Okay, aber der Tankboss hat mich gelegt. Ich guck gerade mal, was der Heiler hier nebenbei macht. Der Heiler lebt doch wieder. Boah, ist das hier ein Rumgezuppel. Boah, Schwein gehabt. Und wieder die Aggro-Tankbuster. Glück gehabt. Das ist hier jetzt gerade echt mal ein Kampf. So, und es kommen wieder die... ...Sperre. Wieder zwei Stück. Oh. Das war ein knappes Ding. Von den Leuten mit den Wolken. Ah, wütender Blitz. Okay, macht er hier auch. Deswegen habe ich wahrscheinlich einen Dödel-Buff kassiert. Bei Gewitter des Urteils ohne... Genau, ich habe keine Kugel. Dammit, die ist gerade ausgelaufen. Dachte, ich hätte eine. Und es kommen wieder Pferde und Knockback. Und alles ist gut. Verkribbelnder Tag. Tankbuster. Ne. Und es kommen neue AOEs. Aber... ...irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Aber First Try. Aber First Try, ja. Ich würde mal sagen, das war eine unglaublich gute Leistung. Zumindest von... ...von Aya und... Ja, das ist richtig. Ich bin auch zweimal gestorben, aber... Zweimal? Ja, doch zweimal. Aber trotzdem... ...halt eben trotzdem noch alles gegeben. Merkt man... ...merkt man echt an den... ...an den Heilungen, die hier durchgegangen sind. Also, dein... ...dein zweiter... ...der zweite Heiler ist auch dreimal gestorben. Und... Oh boy. Na gut. Ich krall mir hier die Brust. Und die bekomme ich auch mit einer 90. Damit habe ich meinen Loot für diese Woche bekommen. Wobei, vielleicht habe ich Glück. Und wenn die anderen dann rausgehen... ...und ich noch hier drin bin... ...ich glaube nicht, dass ich den Rest bekomme. Aber... ...ein Versuch wäre es... ...wär es bestimmt wert. Ja, doch. Cassandra kriegt noch ein WS. Ja. Achso. Die anderen haben auch noch gewürfelt. Ganz vergessen. Na denn. Den ersten Teil endlich geschafft. Ich dachte, ich wäre auf alles gefasst gewesen. Doch ich hätte nicht damit gerechnet, dass Ramus so ausfallen würde. Vor seinem Äußeren mal abgesehen, war er auch ziemlich aggressiv. Der Glaube an... ...als gebütiger, äh, gütiger Behüter scheint sein Temperament deutlich zu beeinflussen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass es vorbei ist. Lasst uns zum Lager zurück nachsehen, ob sich irgendwas verändert hat. Jo, das klingt gut. Was haben wir hier? Ja, komm. Noch mehr Schnelligkeit. Schnelligkeit ist immer gut. Hm, der Kristall hat eine andere Farbe. Aber sonst sieht alles gleich aus. Es mag sich augenscheinend nichts verändert haben. Ja, aber die Luft fühlt sich anders an. Sie scheint dichter, schwerer geworden zu sein. So wie das vor Regen der Fall ist. Auf Regen habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Wenn Eden die Elemente und so, ähm, kontrollieren kann, kannst du ihm nicht sagen, es möge die Wolken irgendwo anders hinschicken. Und wo wir schon davon sprechen. Ich muss sagen, ich bin nicht besonders beeindruckt von seinen, äh, von seinen sogenannten Kräften. Wenn sich seine Fähigkeiten darauf beschränken, die Farbe von Kristallen von gelb zu lila zu ändern, dann ist es kein Wunder, dass die Fee sich nicht blicken lässt. Ich hoffe, dass unser nächstes Vorhaben lohnenswerter sein wird. Anstelle des Bodens unter unseren Füßen hat Eden das Firmament über uns verändert. Und doch ist offensichtlich, dass wir ein dynamischeres Element benötigen, um den natürlichen Kreislauf aus, ähm, Niederschlag und Verdunstung zu vollenden. Also brauchen wir Bewegung. Würde Wind dazu ausreichen? Höchstwahrscheinlich ja. Anscheinend haben wir einen Plan. Wir sollten nicht zu lange darauf herum, ähm, herumzureiten. Wir sollten nicht zu lange, was? Wir sollten nicht zu lange darauf herumzureiten, welchen Unterschied jedes einzelne Element macht. Und uns stattdessen darauf konzentrieren, sie alle wiederherzustellen. Die Kräfte des Orakels? Nicht zu verachtend anscheinend. Mein ganzes Leben warst du in ständiger Begleitung. Deine Stimme schwirrte unentwegt in meinem Kopf herum. Warum hast du mich ausgerechnet jetzt verlassen? Taub selbst für das Grollen des Donners. Oder warst du einfach nur auf der richten, ähm, auf den richtigen Augenblick? Okay, weiter können wir. Bevor wir erneut aufbrechen, dürfte ich dich fragen, ob du mit dem Prozess vertraut bist, der Regen hervorbringt. Oh boy, jetzt kriegen wir NW-Unterricht der dritten Klasse oder so. Ähm. Es ist eine allergische Verschwörung. Oh. Hm. Es wäre den Erlagern sicherlich möglich, das Wetter zu manipulieren, wenn du das meinst. Aber ich spreche hier von dem natürlich auftretenden Phänomen. Durch die Wiederherstellung unseres ersten Elementes wurde die große Leere einmal mehr mit der wichtigen Zutat für den Kreislauf des Niederschlags gesegnet. Wasser. Unter normalen Umständen würde die in der Atmosphäre vorhandene Hitze Wasser an der Oberfläche zum Verdunsten bringen. Als unsichtbarer Dampf wird das Wasser vom Wind zum Firmament getragen, wo es dichte Wolken formt und schließlich in Form von Regen wieder zu Boden fällt. Anscheinend benötigen wir windaspektierten Äther, um mehr Wolken zu erzeugen. Da es bisher nicht geregnet hat, scheint es davon noch nicht genug zu geben. Und dafür benötigen wir auch feueraspektierten Äther, um das Wasser zum Verdunsten zu bringen. Anscheinend bringt das eine ohne das andere nicht viel. Warum nehmt ihr nicht einfach beide Elemente gleichzeitig in Angriff? Du schlägst vor, das dürfte zwei göttliche Wesen, jedes davon so tödlich wie Ramuh, gleichzeitig kämpfen? Merkst du nicht, wie absurd das ist? Und dennoch ist es ein Gedanke, den wir durchaus in Betracht ziehen sollten. Oh, das kannst du nicht ernst meinen. Erinnere dich doch bitte an das Schaubild der Elemente im Lehnsgut des Gelehrten. Gucken wir uns das Bild doch nochmal an. Ah ja, okay, ich verstehe gar nichts. Wind bringt Hitze hervor, dessen Funken Feuer produzieren. Wenn wir Wind und Feuer gleichzeitig wiederherstellen, können wir womöglich das Gleichgewicht zwischen diesen dynamischen elementaren Kräften erhalten. Der daraus resultierende Kampf ist zweifellos eine harte Probe, auf die Dufte in dieser Form noch nicht gestellt wurde. Ich glaube jedoch, dass dieser Pfad zu dem von uns gesuchten Erfolg führen wird. Oh, dann ist das wohl doch nicht absurd, hm, Tankred? Ich würde nie sagen, Oriangés wissenschaftliche Einschätzung zu widersprechen, aber ich mache mir Sorgen, dass wir nicht nur Dufte, sondern auch Riene damit zu viel abverlangen. Was haltet ihr beide von den Planen? Wenn Oriangé erlaubt, dass es, ähm, glaubt, dass es funktionieren wird, bin ich bereit, es zu versuchen. Hm, ich sowieso, ich. Es geht ja eh kein Weg dran vorbei. Solange Du weißt, worauf Du Dich da einlässt, Du wirst all Deine Stärke benötigen, daher solltest Du Dich gut ausruhen. Gaia! Hm. Nach wie vor so viel Blabla. Hm. Anscheinend sträubt Riene sich dagegen, ihre Gedanken zu äußern. Wenn Du sie etwas, ähm, etwas gut zusprichst, fällt ihr das Reden vielleicht leichter. Ja, okay. Los. Na los, los. Ich bin deine dufte Mieze. Komm, rede mit mir. Ja, du hast recht. Ich sollte nicht versuchen, Eden zu steuern, solange mich andere Dinge beschäftigen. Es geht um Gaia. In Wahrheit kenne ich außer Alizé und Alfino kaum jemanden in meinem Alter. Ich dachte, ich sollte mich bemühen, nett zu Gaia zu sein. Aber, nun, Du hast ja gesehen, wie sie, ähm, sich mir gegenüber verhält. Wait, 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 what? Alfino und Alizé sind irgendwie seit ein paar Jahren hier. Und Du glaubst, dass die immer noch in dem Alter sind? Ich meine, wie alt war Alfino? 16? Das heißt, er müsste jetzt mindestens 18, 19, vielleicht auch 20 sein. In der ganzen Zeit, die hier durchgelaufen ist. Leute, Square Enix, rechnet euch nochmal die, die Alter eurer Charaktere auf, ähm, aus, bitte. Tankrit ist auch. Ich meine, der hat, ähm, der hat, ähm, der hat Mifilia mit 16, 17 von der Straße gelesen. Dann, dann siebte Katastrophe, sieben Jahre später, 23, dann nochmal, ja, lasst nochmal ein bisschen Jahre draufgehen, so. Dem müsste so irgendwas um die 30 mittlerweile sein. Also, nur so, so ganz am Rande. Das soll jetzt kein Gemecker oder so sein, aber das ist mir nur gerade eben aufgefallen, weil sie von Gleichaltrigen spricht. In Wahrheit, achso. Ich verstehe, dass sie ihre eigenen Probleme hat, aber ich dachte, ich könnte ihr vielleicht irgendwie helfen. Ich will mich jedoch nicht aufdrängen und vermutlich sollten, ähm, sollte ich sie einfach in Ruhe lassen, bis wir die Elemente wiederhergestellt haben. Ähm, ihr meinen, ist das wichtiger, nicht wahr? Lass mich mit Gaia reden, während du dich auf die bevorstehende Aufgabe konzentrierst. So was hätte ich zumindest früher, äh, wohlgesagt. Mir scheint, dass du am besten dafür geeignet bist, dich um dieses Problemchen zu kümmern. Ich weiß wie, ähm, sie kann mitunter ein wenig reizbar sein, um es mal nett auszudrücken, aber wenn jemand zu ihr durchdringen kann, dann bist du es. Wir kennen sie zwar erst seit kurzem, aber wir sind alles, was sie hat. Und ich glaube, das weiß sie auch. Lass sie einfach wissen, dass sie nicht allein ist. Und dann wird sie, ähm, sich schon irgendwann öffnen. Also gut, ich werde es versuchen. Ähm, hast du auch noch einen Rat für mich? Hm. Uriangé labert selbst einem Beben aus die Hinterbeine ab. Warum fragst du ihn nicht? Tankred ist äußerst redegewandt, er wird schon wissen, was du sagen sollst. Nehmen wir Uriangé. Einfach nur, um ihn noch mal zu ärgern. Ich spreche zwar viele Sprachen, darunter die der Feen, doch ich kann nicht behaupten, mich mit dem Jargon der jüngeren Generation auszukennen. Deren Vorlieben und Neigung sind mir ein Mysterium, das ich noch nicht erdrehtzelt habe. Stimmt, du bist auch erwachsen geboren. Ich weiß auch nicht viel darüber, aber ich denke, ich habe einen Plan. Schon bevor Rina aufgewacht ist, habe ich Lina danach gefragt, was in Crystarium gerade angesagt ist. Ich denke, es wäre schön, Gaia eines Tages mal dort herumzuführen. Das Ganze hast du die ganze Zeit gemacht? Naja. Man kann ja auch nicht die ganze Zeit nur studieren. Und ich muss die Wahrheit deiner, ähm, und ich muss die Wahl deiner Wissensquelle loben. Die Beobachtungsgabe der Kommandantin der Wache bietet ihr einen einzigartigen Blick in das Verhalten der Bewohner Crystariums. Eine äußerst kluge Vorgehensweise. Warum? Äh, Origi, warum? Dieser Typ nervt mich mittlerweile. Immer dieses, hm, das ist eine sehr logische Schlussfolgerung. Hm, das ist eine sehr kluge Vorgehensweise. Hm, ich denke, das ist eine logische, ähm, das klingt alles sehr logisch auf mich. Dieses, ein, äh, der kann einfach die Klappe halten. Ich meine, einfach nur jemanden in der Ecke stehen zu haben, der sagt, ja, hast du recht, ist so dermaßen kontraproduktiv, wenn sowieso schon fünf Leute sagen, ja, das klingt gut. So, ach. Ja, und es ist an der Zeit, dass wir wieder, äh, dass wir dies Wissen nutzen. Hab keine Angst davor, zurückgewiesen zu werden. Wahrlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Da sprichst du wohl aus Erfahrung, wie? W-w-wie meinst du das bitte? Lektion aus deiner Zeit als Schütz, äh, Schürzenjäger, nehme ich an. Hey, das konntest du ja nicht, äh, dir jetzt nicht verkneifen, oder? Ist schon gut, dann, Grit. Dein Geheimnis ist von, äh, ist bei mir sicher. Ähm, dürfte ich daran erinnern, dass wir hier sind, um eine bessere Zukunft für alle in der Splitterwelt zu schaffen? Das schließt auch dich und Gaia mit ein. Es ist zwar nicht das gleiche, wie Leben in der Großlehre zurückzubringen, doch wenn es dir gelingen sollte, dich mit ihr anzufreunden, dann ist auch dies ein wichtiger Beitrag für ein rosigeres Morgen. Also geh schon, sie erwartet dich bestimmt bereits. Alles klar, wünscht mir Glück. Okay, ich stelle mich einfach irgendwo dazwischen. Hier hin zum Beispiel, das sieht gut aus. Ich finde das schön. Diese Posi, das erinnert mich immer an Final Fantasy XIV. Wir müssen trainieren. Alles klar, Kniebeuge. Ähm, was willst du? Oh, äh, nichts weiter. Es kann bis später warten. Wer weiß also, ob es einen später überhaupt geben wird. Wenn du etwas zu sagen hast, dann mach hin und spuck es schon aus. Ähm, ist alles in Ordnung bei dir? Du fühlst dich in der Nähe von Eden nicht seltsam oder so? Du bist gekommen, um darüber zu reden? Eigentlich wollte ich dich etwas fragen. Möchtest du mit mir ein paar Kaffeekekse essen gehen? Was? Kaffeekekse. Die gibt es im Restaurant Extraportionen in Crystarium. Alle reden davon. Daher dachte ich, wir beide könnten zusammen hingehen, wenn wir unsere Arbeit hier erledigt haben. Jetzt mal im Ernst. Du bist gekommen, um mit mir über Kekse zu reden? Kekse? Ja, sie sind leicht und knusprig und wenn man sie in Kaffee tunkt, dann werden sie ganz weich und fluffig. Das ist doch niemals auf deinen eigenen Mist gewachsen. Plapperst mal wieder nach, was alle anderen gerade so machen, was? Kannst du nicht für dich selbst denken? Ich tue, was ich will. Wann immer es mir passt. Immerhin könnte die Welt jeden Moment enden. Das wird nicht passieren. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Hör zu, Gaia. Ich verstehe, was du durchmachst. Glaub mir, das tue ich wirklich. Aber du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Es wird ein neuer Tag anbrechen. Und dann noch einer. Und dann noch einer. Das Leben ist nicht so übel, wenn man ihm eine Chance gibt, wie du wirst schon sehen. Halt den Mund. Du glaubst, du kennst mich? Nicht mal ich weiß, wer ich bin. Solange ich die Wahrheit nicht herausgefunden habe, werde ich niemals frei sein. Dann werden wir es zusammen herausfinden. Ich habe genug Leid und Verderben gesehen. Und ich habe nicht vor, noch mehr davon zu erleben. Und das gilt auch für dich, Gaia. Warum solltest du dich, ähm, warum sorgst du dich so um andere Leute? Was haben sie jemals für dich getan? Du hast mit Sicherheit nicht vergessen, wie wir Burger-Jumors dich behandelt haben. Das kostbare orakel des Licht. Wie ein Vogel im Käfig. Und doch benimmst du dich so, als wäre das alles nie passiert. So versöhnlich. So selbstlos. Du und deine Familie haben die Nacht zurückgebracht und du hattest endlich die Chance, ein normales Leben zu führen. Doch stattdessen fliegst du in einem riesigen Sündenvertilger durch die Gegend und versuchst ein, ähm, ein brachlandiges Ödland in ein Paradies zu verwandeln? Ich erinnere mich kaum an meine Vergangenheit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nie so etwas Lächerliches gehört habe. Aus einer krankhaften Neugier heraus werde ich die Sache bis zum Ende verfolgen. Doch wenn du glaubst, dass uns, ähm, das zu Freunden macht, dann hast du dich geschnitten. Gaia. Ich vermute, es würde Gaia nur noch weiter verärgern, wenn, ähm, wenn wir sie länger warten ließen. Ganz ehrlich und tatsächlich, Gaia bringt es auf den Punkt. Also, naja, fast. Ja, also, fast. Aber ich, ich meine, Rine ist ja schon, ist ja schon vernünftig unterwegs. Das sollte man ja gar nicht außer Acht lassen. Und Gaia überdramatisiert das Ganze. Aber hier einfach mal einen Kopf zu schmettern, Kind bist du naiv, finde ich ist mal eine der vernünftigsten Sachen, die ich hier gehört habe. Und jetzt müssen wir auch noch mit Orangiel sprechen. Du wirst die ganze Stärke benötigen, um die gottgleichen Manifestationen von Wind und Feuer gleichzeitig zu besiegen. Du solltest dir also ins Bewusstsein rufen, dass du bereits aus früheren Begegnungen gegen solche Wesen siegreich hervorgegangen bist. Wo geht es diesmal hin, Orangiel? Ich denke, dass ein Ort namens Aschenfall unseren Anforderungen gerecht wird. Den Legenden berichtet von Reisenden, die dort unter der brennenden Mittagssonne vor Hitze fast umkamen, während ihnen nach Einbruch der Nacht schneidende Winde zusetzten. Hm, verstehe. Hoffentlich wird es nicht ganz so schlimm, wenn ich die Elemente extrahiere. Rina, meine Liebe, dürfte ich dich daran erinnern, dass Konzentration nichts damit zu tun hat, andere Gedanken beiseite zu schieben? Was auch immer dich bedrückt, du solltest es besser zur Sprache bringen. Nein, mach einfach weiter, bitte. Ja, du hast recht. Ich mache mir Sorgen um Gaia. Danke. Orangiel, wie wäre es, wenn du ein Video davon machst? Mach ein Video von den ganzen Gesprächen, die wir hier führen. Und guckst du dir fünfmal an, wenn dir die Geschichte immer noch nicht in den Kopf gegangen ist. Sie hat doch schon gesagt, was dir auf dem Herzen liegt, Junge. Das ist gut. Möge dir deine Sorge um sie mehr Stärke verleihen. Aha. War er nicht der Typ, der gesagt hat, du solltest so ein großes Ding nicht fliegen, wenn dein Kopf nicht klar ist? Und jetzt lass dir diese Schwäche als Stärke... Es ist soweit. Ich werde damit beginnen, Wind und Feuer gleichmäßig zu extrahieren. Ich habe da eine Idee. Wir schicken Orangier vor und gucken, wie stark die sind. Dufte, wir haben nur eine Chance. Also gib dein Bestes. Erinnerung an Geruda und Ifrit werden wach. Yay. Und damit haben wir auch endlich den zweiten Teil, oder den sechsten Teil freigeschaltet. Noch mehr Gelaber kann ich echt nicht ertragen. Viel Spaß in der nächsten Folge von Final Fantasy XIV. Duftertyp, verduftet erstmal. Ich brauche eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Ciao.